Nice. So, wir haben Thatcher. Das ist... Komm an. Deswegen nehme ich Thatcher. Einer muss ihn nehmen. Ja, ich will eigentlich Twitch zocken, so weißt du, aber dann haben wir halt Thatcher und Twitch schon keiner hat Thermite oder Hibana. Jetzt bin ich irgendwie voll in die Hibana gedrängt worden. Hab ich ja nichts gegen Hibana. Ich kann auch nächste Runde Hibana nehmen, wenn du willst, wenn du Twitch nehmen möchtest. Nee, Romano, ich fordere ja keinen auf zu abonnieren. Ich finde einfach, der Typ, der hat da, also die beiden Jungs, die haben da echt viel Arbeit und Zeit investiert und es ist echt gut geworden. Das war die Moments von Rainbow Six. Und das kann man sich echt beheben. Solche Leute haben einfach mehr Aufmerksamkeit bei denen, ist einfach so. Thank you very much, boys. Jojo. Danke, Leute, an alle, die abonnieren wollen und abonniert haben. Valkyrie. Frost. Jetzt geht's ab hier. Frost mit der Snap 1,90. Okay. Mach mal einen schnellen Go. Oh yeah. Nein, das wär älgerlich. Das wär geil gewesen, Alter. Mach einfach mal schnellen Go. Jetzt kommt der 4, mach auf. Ja, den Trick hab ich letztens auf PS4 gesehen bei einem Stream. Hallo? Von wo, Alter? Oh yeah, Strudel. Ich hab einen Injured. Oh, ist hart rechts. Oh, ist hart rechts. Pass auf. Brauchen wir Hilfe, Leute. Geh, Polz. Das muss hier irgendwas sein, der hat ja auch gemacht. Den Behälter sicher. Sicherung des Behälter einstellen. Da war's. Ja. Ja, 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 ja. Ui. Wer ist da jetzt noch ne Frostmatte gelaufen? Ja, ne, extra schon stehen geblieben. Oh, Mann. Wo, Bolt, denn jetzt? Ich hab doch allerdings gefragt, Bolt, ey. Voll leise. Einmalig ist ja in Ordnung. Ein kleiner Kicker. Oh, super. Ich brauch irgendwie mehr Aus... Äh, ne. Nicht all... Abwechslung bei den Verteidigern. Irgendwie ist immer nur Bennett mein Main. Das ist nicht gut. Ich spiel mal Ruhm zur Abwechslung. Außerdem hab ich niemanden aufgefordert, das zu machen. Einfach mal höflich informiert. Das ist den Jungen gebraucht. Oder die Boys. Oder die Boys. Die Wand ist verstärkt. Haben wir überhaupt wieder eine Wende? Wenn wir jetzt noch die Seite da gemacht haben... Nein, haben wir nicht. GG. Hup, voller. Komm zurück. die bräuchten wir noch zur wende die sind weg ich hab keine mehr 34 war vorher äh wo warst du es? hab ich gesehen so kannst du haben bitte schön doppelt so entspannt machen ich glaub die pushen auch äh das war glaub ich Astroorn hey lol dui er hat schon kling oh Leute von unten von unten? mhm haben wir uns von unten einen drop-off gemacht ok über mich drum oh halt die Fresse ey der pusht mich ich hab nichts gesehen ah haha der ist immer noch unten ich hab nichts gesehen da hat jemand gerade einen Glücksmoment her oh boy oh boy herzschlagsensor hat die max pass auf da kommt noch was jo an dem magazin die Banner versucht mich hier zu pinnen ich glaub Weed von Braun war etwas meine heftigen kleinen Kärlchen sind platziert ich hab sie einfach mal zugekrönt jup ja ein Weed ist was wofür äh westseite an den Pflanzen direkt oh lol die Banner letzter blieb letzter blieb hat der ähm wie ist der nochmal? hat dieser Check der Frecki da? hat der noch was geschrieben? der zweite bei denen? nein ne wieso? wie hast du den eigentlich jetzt geholt? oh man das war so ich hab nicht mal gewusst dass da oben der Gläs ist der war oben am Silo weißt du auf dem anderen Dach da noch weißt du wo du den den Spawn pieken kannst wie sie die Leiter hochkrabbeln weißt du? mhm einfach daraus glaub ich schon die ganze Zeit stand er da halt so hinter dieser Kante da mich abgeaimt glaub ich schon die ganze Zeit ich bin nur so minimal kurz rausgepusht im tightesten Angle mit dem Holo ihm halt einen Headclick gegeben one shot auf Litch Litch schnell auch ich hab einfach nur so auf Wetter noch 5 Sekunden man hat's an deiner Reaktion gemerkt dass da gerade etwas passiert ist das war sehr lucky dieser eine Klick den ich auf Favelas hatte in meinem letzten Video jetzt ne? ja genau so einer genau so ein Schuss einfach mhm der Bio-Gefahrgutbehälter muss hier jetzt brutalisiert werden Alter wir machen kein Frack-Movie demnächst wir machen ich mach mir den nur als nächstes Luck-Movie alter was geht denn jetzt an mit dem Chat? es gibt halt Leute die denken wenn sie ne Bolle gezockt haben müssen sie hier den Mundzimmer draufreißen ja, ja, ja der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert irgendwie ist hier zu viel Salt drunter Alter Punkte Punkte also was heißt so viel Salt dass ich mich beschwere? hehehe hh 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 gib mir den random warbing hh 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 Genau hinter dem Weeding. Ja, genau da war das Magazin leer. Dankeschön. Nein. Drei gegen drei, Leute. Können sie entspannen. Einer müsste bei A und einer bei B sein. Ich muss ja gucken, ob wir noch geradeaus durch in den Nebenraum. Der Jotter ist auch dabei. Oh, hinter dem Kühlschrank. Nichts down. Oh, was ist tot, ja. Scheiße, links. Ja, 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 jawoll. Auf den Dropper, auf den Dropper, Psycho. Heute kommen die Headshots raus. Alter, wie habe ich den hier gefühlt, Mann? In dem Raum. Der habe ich gerade echt voll verholzt, Alter. Alles jung. Nice, der wäre gut geregelt, auf jeden Fall. Armoury, Leute. Oh, Armoury ist cool. Castle und Schild? Ja, ich... Ich habe auf Castle nicht mal einen gesehen. Bei Castle bin ich raus. Castle bin ich voll raus. Schild soll ich mitnehmen, oder was? Ne, ich nehme Schild, nur mal Castle. Was soll ich mitnehmen? Castle, 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 Castle! Smog. Acht Minuten drüber diskutiert. Nein. Sorry. Ach so, Schild, Castle, du wolltest... Ach, ich weiß, was du wolltest. Sorry. Nächstes Teil für mich. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Ich krieg mir auch zu, Alter. Machen wir das Schild halt woanders hin. So, ja, Wende, Leute. Oh, jetzt mach ich. Aua, 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 aua. Wo wir spawnen, wo sie verfällt, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo das hier eine Drohne ist. Der Rehne wurde platziert. Leine nach und brauche Bekord! Woa, 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 woa. Der ist schon drin, der Hawaii unten. Bau Küch hier, der Hawaii. Der Wallbangt hier aber auch ungenieurdreihe. Nein, nein. Scheiße. Lass uns später aus, Recker. Ja, alles gut, alles gut. Auf ping. Östlich vom Raum. Tür ist aufgegangen. Yellow Stairs, ganz unten. Da ist man recruit mit Shotgun vor. Den hier im Hallway, den hab ich, wenn er reinkommt. Hier ist Bad Boy. Ja, ich bin gerade der Einzige im Raum. Ich bin gerade hier... Halt am Schwitzen. Sledge ist auch noch hier irgendwo. Bei Yellow Stairs. Irgendwann Laundry. Ja, genau. Laundry. Ich darf den Dach am Schweifern. Halt. Außendrunter damit ich jetzt auch noch, oder? Nein, wieso hab ich den? Oh, kein Mann. Yo, wie viele stehen denn da? Halt. Die Gegner sichern den... Ja, fuck, Alter. Ja, was? Lol. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Ja, Moment, wenn du sechs Meter wegstehst, ey. Wie viel HP hatte ich noch? Ne. Scheiße, ich war hart angefragt, glaub ich, ne? Richtiger Bolleck, der Typ, der spielt auch mit Lein, mit Tarnung. Jo, geil. Wenn man es selber nicht ist, dass man ihn als Anhänger bekommt, dann nimmt man es halt als Skin. Ja, ich... Nochmal Hibana. Mein Gott. Den Matchpoints haben wir noch, easy. Den Standort ist die Jürgenlage 802. Na, auf Armory. Yes, man wird es. Fuck. Oh, kommt schon. Bekommst du die Punkte für die Bombe? Schon mit hinten im Raum. So easy. Macht Spaß. Das war für Spawnpeaken. In 5 Sekunden. Der will doch nicht Spawnpeaken. Ah lol, die Scheiße ist offen. Und der kommt da genommen. So, mein was. Er hat von dann rausgepimmelt. Warte, warte, warte. Er ist weg. Hallo. Mit den Behälter sichern. Shotgun geht da durch, Schild. Der Shotgun ist ohne Ripp. Der Shotgun ist ohne Ripp. Ich hab keinen Falle. Ey, mal einfach. Nochmal. Ich verdrückt. Der Höhen. Oh Mann. Oh Mann. Neutralisiert. Eigener Trupp erfolgreich. Die hört sich immer an, als wenn ein Schalldämpfer drauf wäre. Mhm. Kann man überhaupt den draufpacken? Stimmt, ne? Neuer. Neuer upcoming Trend. Capitao-Smokeman. So übel. Du kannst eigentlich Secure Area so einfach machen. Alle, die drinnen sind, irgendwie mit Capitao wegfeuern. Mhm. Und dann einfach rein. Aja. Aber noch sechs Matches, ey. Das wird nur ein langes Ding.